gut weiter geht's leute mit der nächsten folge crosscode weiter secret sammeln ich bin voll halb drauf auf dem boden weil da hinten sind wir schon langgelaufen erstmal ob es sonst noch was gab hier bin ich glaube ich langgelaufen auf der linken seite ist noch was und auch noch eine kiste ist ja ich noch gar nicht kartografiert habe ich ja noch lange laufen bin ist ja lol gut du bist ein einzigartiger gegner anscheinend bieres loth wahrscheinlich kenne ich wieder nur von hinten naja ja das kenne ich doch markiert v-tiere sieht so aus ob sie an der prähistorischen variante angelehnt sind dem megaterium auch bekannt als das riesen v-tiere sie waren fast so groß wie elefanten faszinend und Eine faule Klaue. Ok, da drin war ich schon, dann würde ich sagen, das ist auch das hier erledigt, da gibt es etwas grünes, da würde ich ja ganz gut von da hin kommen. Wir haben hier den Shortcut, das glaube ich schon gemacht habe, ich gehe trotzdem lang. Doch, hier bin ich ja gerade langlaufen, oder? Naja. Was ist das mit der Kiste? Genau. Hier unten links die goldene Kiste. Erledigt, erledigt. Dann gehen wir hier unten lang, dann da lang, dann hoch und so weiter. Heierschnoten. Warum dürfen wir mich angreifen und naja. Gut. Ich muss hier auf die hoch, ich habe das eine Gründestunde oben gesehen. Oh, das ist eine Kiste. Das ist die Kiste. Du, 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 du. zuseinander. Jetzt reicht's aber. Hier komme ich da hin. 5 Milliarden Umwege wieder 4 Königs Bienen Stöcke Sehr verdächtig aus da drüben Wahrscheinlich zu sein Lampi komm ich wieder zurück ohne gleich runterfallen zu müssen Nagerlich Komme ich jetzt hier hoch Ach ich bin da drüben hingejumpt Hier ist eine Treppe Warum habe ich die nicht genannt Das sieht ganz gut aus Na ich glaube das war es schon wieder Na schon wieder ist gut Der ist wieder rumjaun Euch kenne ich Ich weiß ja gar nicht mehr was das hier war Habe ich aber auch schon gemacht Ja sieht ganz gut aus denke ich Dann haben wir uns ein X verdient Und machen in der Stadt weiter Schauen wir mal ob es irgendwas grünes gibt Auf jeden Fall eine rote Kiste Was denn eine goldene wow Rot habe ich gar nicht gesehen Boah bestimmt Kiste Nummer 10 oder 12 von diesen goldenen Holy shit gehen die mir auf die Eier Jaja was Aber gleich Mensch auch besiegt schwarze Monster am Dorf Ich sehr verwirrt Wow Ja Sehr hilfreich Okay nix grünes dort Warum habe ich sowas nicht abgecheckt Ich verstehe es nicht Ich bin so hohl Manchmal echt Woher bringt mich einfach mal 10 Milliarden Kilometer wieder zurück Ich weiß nicht, wie es laufend ist, okay. Oh, wir sind wieder im Dorf der Vogelleute. Ich mag diesen Ort, auch dass sie ihnen freundlich sind, nachdem wir ihnen geholfen haben. Jetzt können sie mich behandeln. Eine Virusquelle, what the fuck? Habe ich nicht eins davon. Klar, Gemüsekisten, Frichtekisten und so weiter. Haben wir schon die wieder? Sieht ganz gut aus, wa? Dass das auch von grün gereinigt ist hier, dieser Ort. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das ist auch ein dickes X. Ja, ich hätte zwar hierhin gepackt, die Küste, aber nicht so weiter hinten hin, aber okay. So im Nachhinein. Vielleicht haben wir recht. Tja, vielleicht waren wir nicht schuld. Ja, das kann ja auch sein, ne? Wer weiß? Wer weiß? Sind wir doch keine Arschlöcher? Okay, lass mal die Kiste haben. Komm ich da hin? Wow. Da ist was grünes. Ja. Das heißt, ich muss einmal... Einmal da hoch... Bäm, 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 bäm. Und ne blaue Mann habe ich also doch nicht von dem Viech bekommen. Altholz. Fünf Stück. Na, wir sind schon bei 38 von 66 Kisten. In Gesamt Gaias Garten. Sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Diese Anzahl. Ist nicht wenig, hier gibt es zwei Gänge. Ich glaube hier war das, wo es nicht weiter ging. Ähm. Wollen wir das bekommen. Wollen wir jetzt mal gucken, ob es denn irgendwas gab. Um was grünes. Aber ich glaube nicht, ne? Wir sind dann quasi wieder hier hin. Genau. Hier ist der Eingang, ne? Der andere Eingang. Gemeiner Pflanze. Sehr gut. Da ist was grünes, da ist was grünes. Au. Okay, das ist ziemlich viel grünes. Ich muss erst mal hochkommen. Da hinten komme ich auch. Ich finde es sehr geil. Einfach mal check. Schnell einfach mal alles gekillt. Oder alles kaputt gemacht. So, hier war eine Kiste durch gewesen, oder? Ich weiß einfach gar nichts. Glaube ich nicht. Okay, das ist die Höhe. So, da haben wir eine Masterkiste. An die wir selbstverständlich noch nicht rankommen. Tja, du schnurrst, aber kommst nicht hemmig an, hm? Hätte ich mich ja voll ärgernd an deiner Stelle. Die Frage ist, gibt es hier noch etwas? Oder sind die erledigt? Die sind erledigt somit, okay. Zack. Ja, 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 pfff. Gut, dann ist das auch erledigt. Die Master-Chest fehlt mal wieder. Wie so oft nur? Sehr, sehr nervig. Ich habe das Gefühl, wir werden den Schlüssel schon viel früher kriegen können. Was mich auch nervt, ist diese eine Quest hier. Der, ne. Woanders. Hier. Ich habe das Gefühl, der könnte vielleicht so einen Schlüssel geben. Aber gut. Leute. Wir machen kürzlich eine Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.